Der Fyter 50 Sport von AGM Motors. Der Zweitakter im Sportdesign. Die 25 kmh Mofa-Version können Sie sogar ohne Führerschein fahren, wenn Sie vor dem 1.4.65 geboren sind. Der verlängerte Rahmen garantiert auch für größere Fahrer genügend Beinfreiheit. Die umfangreiche Serienausstattung besticht durch absolut hochwertige Komponenten, wie etwa die lackierten 12 Zoll Alufelgen mit Sportreifen. Auch die Zweikolben-Scheibenbremse bietet dank der Stahlflex-Bremsleitung höchste Sicherheitsstandards. Ebenfalls serienmäßig ist der Edelstahl-Sportauspuff, das Staufach unter der Sitzbank, sowie ein Elektro- und Kickstarter. Die Carboneinlagen im Cockpit beherbergen neben Tacho und Tankanzeige auch eine Digitaluhr. Holen Sie sich Ihren persönlichen Fyter mit sportlicher Front, entweder in rot-schwarz oder gelb-schwarz. Das ist der Fyter 50 Sport auf einen Blick.